Aufbruch Bayern, das Spiel steht hier. Und was könnte mich besser zurück in die Heimat bringen nach drei Wochen Kanada-Urlaub als das offizielle Spiel der Bayerischen Landesregierung? Aufbruch Bayern und wer könnte mich besser wieder zurückbringen als Daniel Veith? Grüßt euch. Wir müssen dazusagen, der Michi war zwei Wochen in Kanada unterwegs, im Wald und kennen sie jetzt bei uns in Bayern nicht mehr so recht gut aus. Deswegen Aufbruch Bayern von unserer geliebten Staatsregierung und wir wählen unseren Spielcharakter. Wir haben uns für den Herren entschieden und wir haben uns auch schon für einen Namen entschieden und zwar ist es der Lenz. Der Lenz oder seine guten Freundsson, der Lenz. Oh, was kommt jetzt? Wir haben übrigens im Vorfeld informiert, das ist angeblich ein authentisches Adventure-Game, hat man uns versprochen. So schaut's auch schon aus. Kurz zur Bedienung. Wir haben keine Ahnung, was da passiert. Es befindet sich am Fußende dieser Landschaft ein merkwürdiges Matrix-Raster. Ton ist an, Musik ist an. Das war aber noch nicht so, als ich losgefahren bin. Und wir werden auch schon direkt von der Bavaria am Boot begrüßt. Das da ist der Lenz. Ich weiß nicht, ob ihr den Mauszeiger seht, wahrscheinlich nicht. Der Lenz ist der mit dem roten Oberteil und da kommt auch schon die Bavaria. Mal schauen, was die zu sagen hat. Die spricht jetzt natürlich nicht. Da muss die jetzt einer von uns vertonen. Das machst jetzt du. Du hast die Frauen immer besser drauf. Ich bin die Bavaria-Schutzpatronin Bayern. Ich helfe dir auf deiner Reise. Bayern sucht Hölten und Hölten, die mutig in die Zukunft aufbrechen. Bist du bereit? Wähle zu Beginn deiner Reise, wofür du dich besonders einsetzen möchtest. Das war jetzt ein bisschen nicht wie die Bavaria, sondern ein bisschen wie die alte Waschfrau oder so. Ja, es war auch ein bisschen österreichisch, aber macht nichts. Also wir haben die Möglichkeiten. Ich gebe alles für die Familie, dunkelblau. Ich kämpfe für beste Bildung, für alle Talente oder ich setze mich ein für neue Ideen und Erfindungen. Wer die meisten Punkte sammelt, trägt sich ein in die ewige Liste der Heldinnen und Helden Bayerns. Die hängt übrigens wirklich vorne am Haus. Richtig. Ich entscheide mich jetzt mal für neue Ideen und Erfindungen. Das ist geil, dass auch wieder das Interface schon gebaut ist. Ja, also man kann nämlich da gar nicht, man kann nicht auf den weißen Knopf hier bei Ich setze mich, also daneben hinklicken, sondern man muss unten auf den weißen Haken klicken. Und los geht's. Oh. Da muss ich jetzt wieder. Stürz dich ins Abenteuer. Mit der Pfeiltaste deiner Tastatur kannst du dich bewegen. Er stürmt den Gipfel und bringt mir die Gipfelfahne. Was ist denn das für ein Schlaf? Okay, wir lassen das mit der Frauenstimme. Ich glaube, das geht nicht so. Also Gipfelfahne, äh, Pfahne, Gipfelfahne erobern als Zeichen meines Heldenmuts. Bavaria steht mir bei, aber ich muss erst beweisen, dass ich ihrer Hilfe würdig bin. Deswegen eine Frage beantworten und dann geht's sicher über den See. Genauso haben sie übrigens auch Ludwig II. eingesackt. Mit dem Browser-Geld und Fragen. Nee, nee, da kam dann die eine mit dem Boot und so, dachte er, weil da war eh schon so ein bisschen. Und dann ruckzuck war es ein Ex-König. Naja, zu deinem Wissen. Auf geht's. Welcher Landkreis in der Oberpfalz wird auch Land der Tausend Teiche genannt? Nachdem Straubing nicht in der Oberpfalz ist, schönen Gruß nach Straubing, und auch Miesbach nicht in der Oberpfalz ist, kann es nur das schöne Tirschenreuth. Die Antwort ist richtig. Der Landkreis Tirschenreuth ist mit seinen über 3.500 Teichen das bedeutendste und größte Teichgebiet in Deutschland. Seit dem 12. Jahrhundert prägen die Teiche die Landschaft in der Region um die oberpfälzische Stadt Tirschenreuth. Tirschenreuth. Wahnsinn. Super. Du bist bereit für deine Reise. Wähle einen der drei Glücksbringer aus. Mein Talisman wird dir noch gute Dienste leisten. Was haben wir denn? Wir haben ein Familienalbum. Da sind die Eltern drauf. Ein Buch des Wissens. Und so eine verkackte Energiesparlampe. Eine verkackte Energiesparlampe. Was nehmen wir denn? Also eine Energiesparlampe ist sicherlich kein Talisman. Ich nehme das Buch des Wissens. Das hat mir meinen Lebtag Glück gebracht. So, und jetzt geht es über den See. Wie wir ohne die Bavaria nur da hingekommen wären. Ja, schwierig. Also, jetzt Pfeiltasten. Dann kann ich mir jetzt A schauen. Boah, das ist ja butterweich. Wenn ihr da draußen versteht, was es mit dem Raster auf der linken Seite auf sich hat, dann bitte informiert es uns. Weil es geht hier 21, 22 und dann geht es mit 23, 01, 24, 02. Man weiß es nicht. Aber da ist die Bavaria auch schon wieder. Brich auf zum Gipfel. Sammle so viele Diamanten, wie du kannst. Es gibt eine Kraft und Weisheit für die Aufgaben, die du noch bewältigen musst. Die blauen Diamanten stehen für das Band zu deiner Familie. Die hellblauen für dein Wissen. Die weißen für deine Erfindungskraft. Soll das eigentlich diese Diamanten? Die haben einfach nur Grafikobjekte von den Sims geklaut und sie in den bayerischen Landesfarben eingefärbt. Es läuft hier keine Zeit. Ich sammle jetzt einfach mal alles ein. Und dann macht es auch gleich klingelig. Boah, wie oben schon die Counter explodieren. Die Steuerung ist ein Traum. Da ist der bayerische Löwe. Okay. Es gibt keinen anderen Weg. Du musst den Löwenwächter umgehen. Wähle zwischen drei Hilfsmittel und bezahle mit deinen Diamanten, deinem Talisman oder deinem Wissen. Was haben wir denn für Optionen? Option A, Trillerpfeife zum Anlocken eines Löwenbabys, Handbuch zur Löwendressur und ein E-Hoverboard zur Abheben und Haken schlagen. Ich möchte kurz festhalten, dass in Bayern wir Probleme immer so lösen. Trillerpfeife, Handbuch oder Hoverboard. Das wollte die CSU auch übrigens zur Landtagswahl als Slogan nehmen. Wurde aber abgelehnt. Weiß es doch nicht. Vielleicht machen sie es ja doch. Was nehmen wir denn? Ich wäre ja für die Trillerpfeife. Aber Hoverboard, das ist natürlich eine Falle, weil die gibt es erst 2015. Richtig. Löwendressur. Nein. Der bayerische Löwe ist kein Tier, das man dressieren will. Das ist ein, verstehst du? Der Bayer hat es gerne, wenn alle nach seiner Pfeife tanzen. Richtig. Deswegen nimmt der Lenze die Trillerpfeife. Was? Ah, mit Diamanten bezahlen, Talisman oder dem Wissen. Wissen heißt wahrscheinlich, bis Frage beantworten. Ich muss die Frage beantworten. Deswegen, der Bayer bunkert auch gerne seine Diamanten. Also, Frage. Welches Tier ziert das Logo des Jugendportals der bayerischen Staatsregierung? Äh. Ich wäre ja doch für den Löwen, ich weiß es nicht. Das wäre ein bisschen eine obvious answer als obvious. Also das ist beides irgendwie lame, oder? Mach den Löwen. Ich nehme den Löwen. Richtig. Der Jupo-Löwe ist das Maskottchen des Jugendportals www.jupo.bayern. Jupo liefert für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren viele Infos rund um bayerische Geschichten und Politik sowie Schul-, Ausbildungs- und Freizeittipps. Oh, das ist das Löwenbaby. Und jetzt? Ja. Mei. Und wir und Diamanten einsammeln. Das geht nicht auf Zeitlimit, oder? Ich brauche einfach nur alles einsammeln. Ich sehe da nichts. Wie du siehst nichts. Also ich sehe keine Uhr, meine ich. Warum haben wir denn nicht unten das Porträt eingeblendet? Die spawnen auch irgendwie. Kriegen wir noch andere Party-Mitglieder? Ah, die spawnen dann. Boah, scheiße. Boah, fuck. Oh. Scheiße. Okay, jetzt bin ich auf, was war das Mittlere? Da habe ich acht von und von den, also Familie und Ideen habe ich vier und die anderen. Oh ja. Na also. Boah, da gibt es die Fetten. Boah. Was? 2013, 14. Bayern investiert rund 260 Millionen Euro für Energiewende und Klimaschutz. Wieso haben wir das jetzt gekriegt? Weiß ich nicht. Das sind halt Infos. Bayern entlastet die Familien. Das dritte Kindergartenjahr wird in den meisten Fällen beitragsfrei. Haben wir es nicht? Perks, die wir gerade sammeln. Glaube schon. Das ist doch schnell drei Kinderwagen. Wie gab es mehr Studenten in Bayern? Ja. Wer die Münchner öffentliche Verkehrsmittel kennt, weiß, wovon die Rede ist. 48.000. 38.000 neue Studienplätze wurden geschaffen. 10.000 kommen noch hinzu. Komm, bestimmt. Vor allem, die suchen alle Wohnungen in München und ihr wisst, was los ist. Es ist ein großer Spaß bei uns in München. So was ist hier. 100 Millionen in Elektromobilität, damit auch die besten Elektroautos der Welt aus Bayern kommen. Denn wir wissen, gerade BMW und Audi sind bekannt für ihre Elektroautos weltweit. Weil die ja seit Jahrzehnten da fett investieren. Für beste Bildung 8,2.000 in den Jahren 2008 bis 2014 schafft Bayern 8.209 zusätzliche Elektroautos. Mit den Lehrerstellen. Unglaublich. Geil. Ist das geil. Warum bin ich überhaupt in Urlaub gefahren? Ich depp. Hallo, so schön war es in Kanada übrigens auch nicht, glaube ich. Kanada ist ein bisschen breiter als Bayern. Drei Milliarden beim Ausbau der Kinderbetreuung. Boah, und da ist die Bavaria schon wieder. Christi, du bist fast am Gipfel. Setz all deine Kraft und Erfahrung ein, um eines von drei Zukunftsprojekten für die Menschen in Bayern zu verwirklichen. Bau eine Seilbahn für einen Abenteuerausflug mit der Familie. Bau eine Umweltbildungsstation, damit alle die Natur schätzen und schützen lernen. Oder bau ein Pumpspeicherkraftwerk für den Aufbruch in ein neues Energiezeitalter. Pumpspeicherkraftwerk! Wenn in Bayern eins baut wird, dann ein neues Pumpspeicherkraftwerk. Oh, auf geht's. Seilbahn, Umweltbildung, Pumpspeicherkraftwerk. Das sieht aber ganz schön unspektakulär aus. Das Pumpspeicherkraftwerk, da magst du mal vorlesen vielleicht. Das Pumpspeicherkraftwerk ermöglicht unseren Aufbruch ins neue Energiezeitalter. Die Energiewende kann nur funktionieren, wenn man den wetterabhängigen Strom von Windkraft und Sonnenenergie speichern kann. Bei Flaute und Wolkenhimmel herrscht Mangel. Bei viel Wind und Sonne wird hingegen mehr Strom produziert, als verbraucht werden kann. Diese überschüssigen Energien kann im Staubbecken des Pumpspeicherkraftwerks wie bei einem Akku gespeichert werden. Bei Bedarf kann diese gespeicherte Energie wieder ins Stromnetz eingespeist werden. Das macht regenerative Energien zu einer verlässlicheren Energiequelle und wir können damit sogar die Atos der Zukunft aufladen und fahren lassen ohne Abgase zu verursachen. Wahnsinn. Das kannst du nur in Bayern fahren lassen ohne Abgase zu verursachen. Baukosten 1000. Schau es dir an. So ein schönes Pumpspeicherkraftwerk mitten bei uns in der Landschaft. Das steht jetzt da zwei Jahre und dann reißen sie es wieder ab. Du hast eine große Zukunftsaufgabe gemeistert für die Realisierung deines Zukunftsprojektes. Erhältst du den doppelten Projektbetrag zurück. Vergiss nicht, die Gipfelfahne mit ins Tal zu nehmen. Achso, Backtracking. Backtracking. Jetzt gibt es erst noch mal ein Gate. Jetzt kriegt fett Innovation auf dem Kopf. Auf den Gipfel. So, was haben wir denn? Zurück zum See und den Menschen dein Zukunftsprojekt präsentieren. So viele Diamanten wie möglich ein. Und damit kannst du dich in die ewige Liste unserer Heldinnen und Helden Bayern eintragen. Die Zeit läuft. Die Zeit läuft, gib mir meinen Talisman zurück und du erhältst einen Zeitbonus. Was ist denn das für ein Befehlstum? Wie komme ich denn jetzt da? Du musst per Drag & Drop den Talisman da rein droppen. Achso. Reingedroppt. Und auf geht's. Jetzt aber los. Oh, oben. Null. Was ist hier? Null, hä? Schon vorbei. Boah, was ich hier Innovationen einsammle auf dem Weg? Ist mir der Uhr. Die Uhr ist kaputt. Da steht null, 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 null. Oh, Moment, nein, da gibt es Informationen über die Staatsregierung. Jetzt aber schnell. 83 Millionen Landeserziehungsgeld. Null, null. Keine Chancen vergeben. Für die Kinder null Euro. Die tagen doch eh nix. Ah, Herrschaftszeiten. Unglaublich. Ah, ja, sagen wir mal. Eine Milliarde, neue Energiezeitalter, Klimaschutz. Ist jetzt wie ein Bierzelt, da werden die Parolen nur noch so rausgebrüllt. Letzte Runde. Oh, da ist er. Vierfach, Betreuungsplätze, vierfach. 34 Millionen, Elektromobilität. Das haben wir doch heute schon gehabt. Neue Dozenten, 3.900. Auch noch 6 Milliarden für Wissenschaft und Kunst. Oh Gott, und wer zahlt's? Wer zahlt's? Wer zahlt's? Ja, mir halt, der Steuerzahler. Danke, Ehrenamtskarte. 3,8 Millionen, 10,5 Millionen Camponfasertechnologien in Augsburg. Jetzt sind wir fast da, wir haben's fast geschafft. Jetzt wart. 33 Milliarden Bildung. Jetzt sind wir. Top. Top. Was? Jetzt hab ich's nicht gelesen. Egal, da schauen uns die Abgeordneten auch nicht drauf. 3,8 Millionen, ja, weiter. 40 Milliarden Bildung, Forschung, Puppspeicher, Kraftwerk. Jawohl. Mein Gott, sind die begeistert. Und das ist auch ein genauer Querschnitt der bayerischen Gesellschaft. Alle Jungen, hübsch. Wer sind die? Schlank. Sag einmal, wer seid's denn ihr? So, nun ist es an der Zeit, dein Pumpspeicherkraftwerk in Betrieb zu nehmen, um die Menschen mit regenerativer Energie und Elektromobilität zu versorgen. Da zuerst die Ladestation für E-Autos in die Landschaft. Wohin sonst? Dann kannst du das Pumpspeicherkraftwerk aktivieren und das Auto mit gespeichertem Solarstrom zu laden. Ja, Moment, Moment. Jetzt kommt erst einmal eine Petition, dass man das nicht baut. Ach so. Wenn ihr dagegen seid, gegen Pumpspeicherkraftwerk, gegen Bildung und gegen alles andere E-Mobilität, schickt eine Petition an die bayerische Staatsregierung, Postfach 821 München. Nein, wir bauen jetzt natürlich unsere Ladestation. Das ist doch in echt auch nicht anders. Das ist auch einfach gebaut. Die Aktivierungsstation, um E-Autos mit gespeichertem Solarstrom aus dem Pumpspeicherkraftwerk aufzuladen. Nimm deine eroberte Gipfelfahne, stecke sie als Schalthebel in die Aktivierungsstation, dann Schalter umlegen und los geht's. Wenn ihr euch übrigens fragt, warum in unserem Bundesland nicht so viel vorwärts geht, das wird in echt auch alles mit Gipfelfahnen. Alles, jeder Schalter in Bayern muss mit eigens eroberten Gipfelfahnen oder überhaupt alles, was man so am Berg erobert, eingeschaltet werden. Dazu empfehlen wir das Lied, das Edelweiß von den Biermüsselblosen. Aber jetzt, auf geht's. Jetzt geht's ab. Nein, wie? Und jetzt kommen wir wieder zurück. Das Auto ist aufgeladen, aber wir müssen trotzdem mit dem Boot zurück. Wie sollen wir denn auch ohne Boot da rüberkommen? Sehr gut, Lenze. Wissen und Energie heldenhaft eingesetzt in Bayern voranzubringen. Am Anfang deine Reise hast du gewählt, wofür du dich besonders einsetzen möchtest, für Innovation. Pumpspeicherkraftwerk. Und wir haben die meisten Punkte erspielt in der Kategorie Innovation. Das sind wir bei GameTube übrigens gewohnt. Highscore-Eintrag. Ach so, es war ein Gastspiel. Nummer 1 ist NoNameXXL. Dom Bro Bavaria. Der ist auf der 2. Freiwild, Schubi, der Gipfel, der Sturmi. Schönen Gruß an den Sturmi. Sturmi. Kennst du den Andi? Welcher Andi? Der Andi. Andi 00. Der Andi, kennst du ja. Wen haben wir noch? Sigbertus. I hate Bavaria. Aha. Bischer, gell? Der Stur ist jetzt tief. FDP-Fraktion Bayern, auch nicht schlecht dabei, mit 29, auf Platz 29. Wo haben die investiert? Hauptsächlich auch in Innovation. Das ist mir jetzt von der FDP auch nicht. Das war's, oder? Ja, ich würde sagen, ein singuläres Erlebnis. Zum Kaufpreis von 60 Euro durchaus angewiesen. Wir empfehlen dazu, es gibt ein Making-of-Video zu dem Spiel mit zwei hervorragenden Moderatoren. Ich glaube, das sind auch Programmierer oder was auch immer von dem Spiel. Schaut es euch an. Bringt es mit uns zusammen in Bayern nach vorn. Wilfried Scharnagel hat es vorgemacht mit seinem Buch. Was habe ich Buch gesagt? Ich übersetze es kurz. Buch. Buch war gemeint. Egal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst wieder, wenn es wieder heißt, zwischen Spessart und Karwendel. Auf Wiederschauen.